Hallo und willkommen zu den Sport- und Spieltipps der Sportjugend Rheinland. Heute habe ich Frisbee-Golf für euch vorbereitet. Dafür braucht ihr ein Handtuch und natürlich eine Frisbee-Scheibe. Diese Spielidee habe ich aus dem Praxishandtuch Familien-Sport vom Sportbund Rheinland. Hier könnt ihr die Spielidee einfach nochmal nachlesen oder euch andere Inspirationen holen. Nun müsst ihr euch in der Grundlinie aufstellen und versuchen mit so wenig Würfen wie möglich das Handtuch, also das Ziel, zu treffen. Ihr könnt natürlich den Abstand ganz variieren, ein bisschen näher ranlegen oder ein bisschen weiter weg. Ihr könnt auch im Wettkampf gegen eure Familie antreten oder alleine versuchen, das Ziel mit so wenig Würfen wie möglich zu treffen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.